hallo leute willkommen zurück zu quickcroft und der lukas ist an meinem tod schuld und deswegen keine ahnung was ich jetzt tun werde ich muss einfach meine sachen wiederholen deswegen wo auch markens freunde ich habe ja jetzt passt auf 10 ich habe 300 facebook freunde die noch nie gesehen habe aber 10 jahre richtig markt warum hast du eine woher hast du die posten welche posten woher markt welche posten aber was mir tratten fangt der unsichtbarkeit gegeben das ist deiner echt ja woher hast du den was für ein ding was soll ich woher haben den unsichtbarkeitstrank hätten habe ich gar nicht gehabt den hatte ich gar nicht im inventar nee nee hattest du ja ich habe den aber eben aufgesammelt ich hatte ihn auf jeden fall nicht im inventar hier wo bist du ich kann dir auch wieder geben ich will ihn nicht ich will sehen was du damit machst ich bin ja ich bin ja ich habe ich habe es irgendwie auch millionen obwohl ich gar keine millionen hatte ach so okay das sind die von mir egal dankeschön mach ich doch gerne hat irgendjemandem wasser einmal oder ein eimer für mich nein phil schuldest du mich noch welche drei stück phil phil du schuldest mir noch drei wasser einmal was sagst du dazu krass ben ich habe den unsichtbarkeitstrank vor seinen augen genommen was er jetzt denken wird er ist auch unsichtbar dadurch oder nein auch so auch so wenn irgendjemandem wasser einmal für mich bitte ich brauche einen was los ja ich ähm jonas ich habe es hier eigentlich wer war in die leiter runter ich habe es hier ich habe das geld und die acht scheiße aber man fragt nimmst du auf nimmst du auf äh ja ich bin grad mal auf die alter durch die folge warum warum denn Leute, wir kommen zu Quickcroft und Sorry, wegen dieser Scheiße hier gerade. Phil hat gerade seine Tage und der hat es nächsten Mal nicht beendet, die Folge. Übrigens, ich bin jetzt gerade, ich habe gerade Jonas, also ISD, ich habe jetzt gerade er geguckt und Jana hat mich nicht getötet. Sie hat geschrieben, na, ich zitiere, ich zitiere, wir haben sie gefragt, hast du mich getötet und sie meinte, ach, keine Ahnung, hat sie aber. Jan hat sein Bruder meint noch immer, du hast das getan, kannst du jetzt mal in sein Zimmer kommen, den Nerven bitte? Das ist richtig. Nein, das ist hier aber auf YouTube, das ist hier ein Star. Ja, Marc, die wird allein, die wird von beruflich als du sein und das ist echt nicht schwer. Hallo, ich habe 80 Abonnenten. Ey, ich mag meine Schwester hat mehr Abonnenten als du. Sie hat Abonnenten? Sie hat einen YouTube-Kanal? Ja, ist auch nicht schwer, mehr Abonnenten als ich. Sie hat einen YouTube-Kanal? Wie heißt der? Nein, hat sie nicht. Achso. Sie ist doch the fame als Marc. Na und? Wann ausgibt sich die besser aus als Marc? Oh, Marc, gegeben, Alter. Es wäre auch schwul, wenn du es so andersrum gesagt hättest. Ich meine, man weiß nicht aus meiner Klasse. Ey, freut ihr euch eigentlich auf euer Praktikum? Ja, total. Morgen Minigermarkt. Ja, völlig okay. Ich meine, Futterhaus, ja. Ey, Telefon. Äh. Awesome. Alter. Ich mache ja eigentlich gerade nur Scheiße. Ich muss jetzt irgendwas Produktives tun. Haha, Opfer. Warum läufst du ohne Rüstung rum, Lukas? Ich? Ja. Ich dachte gar nicht ohne Rüstung rum. Jetzt hast du sie gerade angezogen. Jetzt bist du gerade oben in meinem Haus. Nee, das ist eine Lüge. Das ist eine echt schlimme Lüge von mir. Jetzt knickst du. Nein, sowas tue ich nicht. Ich höre schon Jana reden, Obacke. Oho. 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 Hör mal auf, brennende Pfeile in mein Haus zu schießen. Oho. 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 Sonst ist Ben davon angetan und macht es auch. Hast du heute schon wieder ein Dings verloren? Äh, das sind wir nicht, eine Folge hochzuladen? Nee. Na ja, jetzt, oha, um 80 Völkern, was ich noch hochladen, ey. Ja, Marc, denkst du einer, achten auf den Zeiten, wo du hochlegst? Sie guckt einfach immer so, er irgendwie mir wird das und das empfohlen, das ab und zu mein Video von dir bei. Marc, ich stolz auf das, was der jetzt aussieht, wenn mein Haus mit der Assis feiern. Marc, das aus dem Teilnehmer. Ben wundert sich gerade, warum man mein Skin nicht sieht ab, äh, ich bin halt unsichtbar gerade noch, aber ich hab schon wieder meine Rüstung halt angezogen. Ihr verarscht. Ey, lass es bitte, Lukas, oh, Lukas, bitte. Äh, Brunas war bitte auch damit nicht die ganze Zeit hören zu wollen. Oho, ne, wo, ein Geheimgang? Wo? Ja, nee, der ist mal entstanden, weil der ich da mal was weggemacht habe, keine Ahnung. Und der Spaß, das irritiert jetzt so mit den ganzen Feuerfeuern. Das Ding ist ja, ich kann ihn nicht mal aufsammeln. Ja, ich weiß, das wäre jetzt eine richtig geile, äh, Pfeilproduktion, ne? Fuck, 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 es läuft doch eigentlich die Serie, scheiße. Oh nein, nein, Phil, nein. Was, den Kasselpiloten, da, er bringt vor dem Kasselpiloten die Klauenflugzeuge für Banken, das ist richtig geil. Hahaha, das klickt die Klauenflugzeuge für Banken. Ja, die Klauenflugzeuge für Banken. Einige, ein Leutern, komm, noch feil, ich hab nur noch eineinhalb sechs Feile. Ja, Lukas. Was? Nicht werden anlügen. Hey, wieso, ich hab zwei Feile. Warum denn? Keine Ahnung. Oh man, ich hasse, dass wir nicht diese Scheiße haben. Niemals? Ich hasse,crib ion, ist nichtstephanning. Also, biegen wir nicht sooko. Wieso kommt der nicht so komisch an? Hey, Leute, hey, Leute, du magst du nicht, textbook? Oh nein, oh nein, es sie wird zu denen noch was ist gelistet Dann was? Dann hast du dich gerabлет? Hey, mach... Ja, nein, 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 nein... ...ja, ja, nein, 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 nein. Ich muss kurz was googeln. Okay, tu das. Oh, ich mach das jetzt. Cool! Was ist? Ja. Wann soll ich das denn eigentlich hochladen? Ach, du weißt, das... Ah, okay, das... Ja, genau, das ist das. Das kannst du meinetwegen in einer bestimmten Zeit, wo Schüler sich freuen, hochladen und dann einen Post machen, wann wann und dann Ende. Das hast du nicht verstanden, hoffe ich. 2,5 Jahre. Ja, okay. Was wollte ich googeln? Genau, Minecraft... ...ertränke. Geh doch einfach aus Minecraft, Vicky. Pedia. Vicky. Pedia, 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 Wikipedia. Die erbraucht ein Werk für. Haben wir alle getötet. Toll. Wurde zugezwungen. Nein, du hast einfach so gemacht. So, hier... Trank der Heilung... Ne, das suche ich gar nicht. Ähm... Ne, das war doch gar nicht. Ne, das war doch gar nicht. Na 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 na... ...dum, du, dum, du, dum, 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 dum. Ey, wie kann man in Bücher eigentlich was reinschreiben? um wir kommen die ich gar nicht was reinsteigen auch noch nicht wo drei Leute auf dem Server ich frage mich wer das ist um hat jemand von euch in den Augen neunerisch nicht obwohl warte kurz ab 1 der hat 60 Level der Junge 60 Frames 60 ist voll gut das ist das maximale wenn er die Eintrückstellung nicht geändert hat also ich habe gerade ich habe gerade 56 50 ähm ich muss spielen jagen gehen ja hallo hallo ich habe ich habe meine neue Farben gesehen meine Kürbis- und Emelonfarm danke für die Kürbiskerne Klaus die Echt alles zusammen ich habe es nie am Ort ich habe gestohlen Hörer hast du mir geschnackt ach ja Leute das war es von der Folge bis zum nächsten Mal tschüss schnau 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 Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020